Und schon geht's weiter mit Batman, meinem ersten Netzplay. Ich möchte das Ding unbedingt durchspielen auf jeden Fall. Und ihr habt das erste Video verpasst, meinen ersten Eindruck, kein Problem. Habe ich euch natürlich in den Infokarten hier oben angepinnt. Könnt ihr es euch von vornherein anschauen. Ja, ich habe das jetzt direkt nach meinem ersten Eindruck wieder aufgenommen, weil ich bin echt ein bisschen gehypt von dem Spiel. Es macht mega, mega Laune. Und wie ich mich jetzt so geschlagen habe im nächsten Teil, das könnt ihr euch jetzt hier anschauen. Und schon geht's weiter mit Batman. Erste Video verpasst, kein Problem. In den Infokarten natürlich hier für euch angepinnt. 6,8% habe ich. Und ja, das spielen wir natürlich weiter. Kampagne fortsetzen. Bin gespannt. Bin ja gestorben, da musste ich ja lautlos und so. Ihr kennt das, Rambo, ne? Ja, egal. So, jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen hier, damit wir das Ganze jetzt hier auch mal lautlos schaffen. Okay. So, sichere Celeb Guns. So, wir haben da einen Gegner. So, da haben wir auch einen. Und jetzt schauen wir mal. Das Beste wäre natürlich, wenn ich mich da unten irgendwie, ne? Obwohl, der geht da ja nicht runter. Der sieht mich. Geh mal da rüber. Der sieht mich dann auch. Okay. Die sehen mich alle, ne? Puh, 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 puh. Kann man die irgendwie anlocken? Ich guck mal, ob das geht. Geh mal da rüber. Geh mal. Okay, der checkt da jetzt irgendwas. Ja, check mal. Okay. Geh doch mal da runter. Okay. So. Ich will dich finden. Ja, ja, mach du mal. Das wäre ganz cool, wenn der jetzt dahinter gehen würde, ne? Dann... Müsste ich den ja eigentlich treffen, oder? Okay, ich kriege ihn aber nicht, ne? Das ist schade. Okay, der da oben sieht mich sonst, ne? So. Okay. Da haben wir einen. Okay, okay, okay. Wie mache ich es denn am besten? Ich versuche mal da unten hin zu fliegen, ne? Geht das? Okay. Ne, wie geht denn das? So, die würden sich sehen, ne? Aber die sehen sich nicht, oder? Ne. Okay. Du musst es ja irgendwie hinbekommen, ne? Ohne, dass die mich hier entdecken. Wo ist denn jetzt der dritte? Ach, da sind drei, ne? Eins, zwei, drei. Ich möchte gerne unten in das Gitter rein. Wie komme ich denn jetzt einfach von hier oben runter? Das war irgendwie... Irgendwas mit loslassen, ne? So, das war jetzt nach... Nach vorne. Okay. So, zack. Jetzt bin ich hier drin, ne? Genau. Ah, so wollte ich es machen. Okay. So, ich muss gucken. Da ist einer. So, aber die kommen ja nicht hier unten hin, ne? Die kleinen. Okay. Habe ich nichts von, ne? Oder? Einer? Noch einer? Wo ist denn der dritte? Ach, der ist da hinten. Okay. Kann ich den denn hier ausschalten? Warte, den nehme ich jetzt mal mit da hinten. Ich versuche das. Die dürften mich ja eigentlich nicht sehen, ne? So. Zack. So, jetzt schauen die beide. Haha. Habe ich geschafft. Okay. Zwei bewaffnet, null unbewaffnet. So. Das habe ich jetzt gut gemacht, oder? Sehr geil. Komm her. Okay, der hängt da. So, jetzt muss ich die ja beide irgendwie trennen, ne? Sonst komme ich ja hier nicht weiter. Okay, wie kriege ich die jetzt getrennt? Das wird nichts, ne? Die hängen ja jetzt hier zusammen. Ich gucke mal, ob ich die weglocken kann. Ne. Komm her. Lass uns zusammenbleiben. Achso, hängen da vorne. Achso, ich kann dir nur einen aufhängen, okay. So, wo geht denn der eine jetzt hier hin? Hast du nichts? Ich versuche das jetzt hier mit der Gewalt. Okay. Das geht gar nicht. Also, die kann ich nicht umhauen. Keine Chance. Das habe ich mir so gedacht. Oh, der sieht mich immer noch, der kleine Drecksack. Okay. So, jetzt habe ich mich hier versteckt. Zack. Jetzt sind es mehr drin, ne? Ach, den einen habe ich gar nicht geschafft, okay. Okay. So, der sucht. Aber ich habe die jetzt nicht ausgeschaltet, ne? Bleib nahe. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Immer schön hin und her. Dann sieht er mich irgendwann nicht mehr. Okay. So. Aber jetzt müsste ich ja eigentlich in diesen Schacht da unten rein, ne? Okay. Aber wie? So, er sieht mich nicht mehr. Ich verschwinde. Ich dücke mich. Okay, das bringt nichts, ne? So, und jetzt kann ich den gleich hier reinziehen, ne? Okay. Ey, das hau doch nie ab! Okay. Ist da noch einer, oder was? Ich habe das jetzt hier von rechts gehört. Also, ich kann mich auch einfach anschleichen, ne? Halte das Rattenkinder-Kommando auf. Okay, jetzt kommen noch mehr, ne? Da war was, ne? Ich nehme den Elevator zu den Ruf und stoppe die Ratten, mehr Schäden zu verhören. So, wo muss ich jetzt hin? Da ist ein... Da kann man klettern, ne? Okay, ich kann noch einfach mit einem Zump, dann geht das auch. So, wir gehen einfach mal rein hier. Das ist aber... Das geht aber nach unten, nicht nach oben, oder? Ist egal. Ach, das ist derselbe Level, ne? Okay, wir schauen mal einmal. Auf die Karte, ne? Wo ich hin muss? So, da bin ich. Da ist irgendwie was. Guck mal da. Okay. Irgendein Aufzug. Da ist ein Aufzug, ne? Okay. Mal hier. Tatsächlich, da ist ein Aufzug. Well passed the service. Oh, Batman! Okay. Irgendwo soll ich hier... Was soll ich denn? Ach da, guck mal. Und jetzt? Aber ich hab nicht genug gedrückt hier. So, dann haben wir wieder einen Schacht. Oh. Nehmen wir natürlich mitten, ne? Hier, Rattenkönig. So. Und jetzt? Time to take out the trash. I'll come to the man, so that dies tonight! Rattenkönig. Rattenkönig. We are being born! I live to die! so schnauze voll hier so alle erledigt cool ne ich fühl mich wie ein batman ein verbesserungspunkt ok ich habe verbesserungspunkt erhalten was kann ich jetzt besser machen schlag und kombo umhangbetäubung ausweichen konta habe ich das fang den angefangenen das habe ich ja schon ne ich habe hier so einen punkt was kann ich damit machen umhangbetäubung halte zum durch von er gedrückt und wische mit der hand nach vorne ja möchte ich haben geht nicht ok nahkampfpanzerung detektiv ansicht ich sehe jetzt hier nicht was ich schon habe und was ich nicht habe erhalten ach da steht erhalten kaufen ja das kann ich jetzt kaufen jetzt habe ich es verstanden ok kritische treffer besonders starke schläge erhöhen den kompensiert um zwei mal und aktivieren speziale mama sehr geil jetzt habe ich ihn upgrade gemacht und fortfahren natürlich so ich bin stärker gewonnen hallo ist ja gut ich laufe ja nicht die ich habe eine stadie zu sehen da ist ein schacht da komme ich aber jetzt nicht hoch ne da ist so ein radio drin wie kommt man hinein ne jetzt muss irgendwie gehen oder also ich kann als batman nicht springen oder was bestimmt nur von hinten drin oder was ne ok gucken wir später noch mal ja warte mal kann ich hier vorwärts mantel das muss ja irgendwie gehen muss ja irgendwie da ankommen aber egal also das war mit links drücken springen mein gott da muss man sich alles merken hier ne oh das war jetzt weit aber ich komme ich dann da drauf habe ich was davon ne egal komme ich mir weiter radio ist egal so ok es wird langsamer das gordon woher muss ich doch das radio kommen das guckst mich jetzt ein bisschen ich will das radio haben komm ja er kann es wieder nicht lassen hier kommen das ist ja nicht umsonst dass ich hier drauf gehen kann oder ach man ach spring doch da drauf du blöd mann ich bin hier vielleicht ein batman oder mach doch nicht gut da komme ich wahrscheinlich eh nicht dahin ne da springt er auch nicht drauf also komme ich nicht dran vielleicht brauche ich doch noch irgendein gadget oder was was ich noch nicht habe ich weiß es nicht okay wir gehen nochmal nach gordon sorry so okay gordon ich komme ich rette dich vor wen auch immer commissioner ich bin batman okay schauen wir uns den gerne mal an genau also das geht hier durch ne also das ist auch ist okay ja ich komme ich folge dir habe ich schon geil gemacht wumse fliegen ich habe es nicht aufgepasst ich habe fliegen geguckt okay so er macht mir die tür auf ist hier irgendwas ja mach mal auf was ist das denn hallo du hast den türknauf vergessen kollege okay ich finde ihn ich finde ihn ich finde ihn ich finde den rat king mit dem ratten sucher hier guck mal der schlägt den finger gar nicht da rein ne so was soll ich machen hi tach bin batman genau 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 nach falcone habe ich mir gefühlt das wäre eine einzige Sache schau an uns das ist wie natürlich das ist nichts jetzt zeig doch mal lauf doch nicht weg hier ok gotham ist unter attack ja habe ich mitbekommen die tage sind alle städte die tage sind die tage sind die tage sind das ist ja gut ich bin mal nett ich bin mal nett ich bin mal größer ähm äh äh das war glück ja ich habe das glück wir wissen dass sie gut organisiert sind aber wir wissen dass die tage sind fast nichts was wir nach hinten nicht bis heute ne das war 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 was wir nach der dritte ne das war das war Er guckt doch nicht so böse ey. Ich kann ihnen nichts machen. Ich bin aber Batman. Ich rette Gossam, ich rette alle. Ja ich bringe die alle zum Reden. Was ist denn da drin? Hallo? Guck mal, alles versteckt hier. Ne, 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 ne. Ja du quasi die ganze Zeit hier. Ich will schon längst wieder hier Leute verkluppen. Ach schon wieder. Ist ungesund. Okay. Ich denke du wolltest rauchen. Ja. Ja, ja, ja. Da oben. Okay, so jetzt hab ich so ein bisschen Open World sogar, ne. Guck mal. Aber ich kann nur da, wo ich komme aus dem Beacon Hotel. Nicht hier. Guck mal, da ist was. Das ist bestimmt das eine jetzt, was ich vorhin nicht machen konnte, oder? Nö, hier ist nichts. Oder? Okay. Habe ich das gut gefunden? Ich weiß es nicht. Ich geh einfach mal hierher, ne. Eingriff finde ich aus. Kannst du ausweichen. Klicken. Klicken ist ausweichen. Okay. So kann ich eben hier drauf. So. Also einfach nach links und dabei drücken. Das ist ein bisschen knifflig, muss ich sagen. Aber das geht. Okay. Okay. Wie kann ich denn jetzt hier irgendwie, wieso kann ich mich denn jetzt hier irgendwo drauf hier so, ne. Ihr wisst schon. Hey, hey, hey. Jetzt bin ich. Wir werden weMord, wie die Schrank aus dabei ist. Sie dort meinen Fantasy arrive. Ich komme mit einem Beacboden anう. Lügel. Oh, das war meine Leinwand. Hört doch mal ein bisschen aufpassen, nicht reindonnern, ne? Und weg. Zack, cool gemacht, alle tot. So, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Da bin ich hergekommen, ne? Muss ich jetzt hier rein? Geht das? Nö. Wo ist ich denn hin? Ein Schuss öffnet diese Tür. Ich muss diese Tür öffnen. Den Schalker habe ich noch, soll ich nicht wieder hinkommen, son. Ah, okay. Ah, ich muss von hier, guck mal. Zack. Zack. Batman, es ist Barbara Gordon. Wie komme ich hin? Wie kommt man denn das hier hoch? Wenn man das scannen möchte. Er bräuchte aber schon hier noch irgendwie was, ne? Irgendwie so ein extra, damit ich das Ganze nochmal spiele, ne? Irgendwie sowas bestimmt wieder, ne? Geht nicht. Okay, ist für euch für die, ist für euch für die Kommentare. Da kann ich rüber, ne? Okay. Zack. Aber da ist doch was hier, guck mal. Nee. Pass auf. Tatsächlich. Geil, war eigentlich schwer. 3, 2, 1. So, bin ich jetzt hier in so einem Kran? Okay, kann man hier was machen? Mal schreitend, ne? Und hier ist noch nicht vorne, ne? vom Endeffekt des Kräns. Was passiert? Wurde elektrisiert. Was passiert jetzt? Hallo? Guck mal, kann man da klettern? Wenn man möchte. Das sind wie so Kletterdinger. Was soll ich jetzt hier machen? Einen Hebel kann ich da nicht treffen. Guck ich da rüber, oder was? Ist da irgendwas? Weil da kann man ja klettern, ne? Aber was soll ich denn sonst machen? Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Da hat der gerade irgendwas eingerastet, ne? Raste das doch da ein, da komm. Das geht nicht. Ich geh jetzt mal nach rüber hier, komm. Okay, hier ist nur ein Versteck. Ich hab ein Radio gefunden aus Versehen. Oh, hab ich nix von, ne? Jetzt kann ich hier klettern, ne? Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich. Dafür waren die Klettersteine. Okay. Ja, und klettern wir noch ein bisschen, ne? Ich bin ja Batman. Kann ich das von hier aus werfen? Okay, also ich kann den Typ umwerfen. Okay. Ach, geh mir doch nicht. Ich muss doch hier ein bisschen rumklettern. Da komm ich doch her, ne? Wieso sehe ich denn hier wieder? Ja. Jetzt gibt's nicht mehr oder was? Komm nicht weiter. Was ist denn das für ein Scheiß? Was? Also ich kann diesen. Okay. Kann ich das sein? Irgendwie soll ich das Kabel kappen, oder was? Naja. Sehr geil, ich komm hier nicht weiter. Sehr geil, ich komm hier nicht weiter. Das ist richtig, keep your distance. Ne. Spiel zu Ende. Ich bin zu blöd. Das ist richtig, keep your distance. Aber da bin ich doch hergekommen, oder muss ich jetzt hier runter? Ich geh einfach mal hier runter, ne? Ne, bin ich hergekommen. Jo. Jetzt geh ich ja alles nochmal. Okay. Okay. Wollt ich das jetzt hier nochmal eintippen? Ne. Okay. Ich hänge. Was von hier aus abschießen, oder was? Das geht ja nicht, ne? Was? Warte mal, ich muss das Ding wahrscheinlich weiter drehen, ne? Ah, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Hier muss man ja richtig den Kopf anstrengen, ey. Mein Gott. So. Ich komme. Mit dem Kran. Batman und der Kahn. ja so an erledigt was versteckt hier? ja guck mal hab ich schon 46 ne? so wo geht's jetzt hin? also wir müssen das ding erstmal abschalten hier ne? genau so jetzt komm mal weg so hier ist ne crime scene ok wer ist das? verbranntes papier ok noch mehr hinweise wir schauen mal da ist nix die flasche die hab ich kaputt gemacht ach ja guck mal heptane acetone and methanol gun cleaner shrike would have been rushing to escape spatter analysis suggests he dropped an aerosol container the gun cleaner combined with the butane from the paper shrike was burning could be enough for me to perform a chemical trace and track his location initiating got him heading out now ok jetzt kann ich hier durch oder was? jetzt geht's auf guck mal ok shrike fled into the elevator down es geht nach unten unten ist immer scheiß schau wir mal ja der muss die treppe laufen so das hört sich nie gut an wo bin ich hier? ok find ich hier wieder was ich geh erstmal nach oben ihr wisst ja ne immer erst da hingehen wo man nicht hin darf was war das denn? ok weil das rot war ne das da ist abschießen ah da sind wieder leute ach komm hab ich ja schon ne ok so ok 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 so 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 Barbara what the hell are you doing here? Barbara what the hell are you doing here? schlag keine front ich bin Batman no I mean what the hell are you doing here? like I was trying to tell you earlier I'm the one who called in the anonymous tip about this guy oh das geht wieder durch ne? go on the strike is armed and your dad would not my dad only knows about this lead because of me something big is going down tonight bigger than these riots which by the way I had to fight my way through to get here not to mention sneaking past three police barricades scaling a fence yeah yeah du bist ne hell all to catch the one guy who put me straight to the rat king tonight and you tell me to go home? ja 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 genau genau Jetzt bist du aber ganz schön frech, ne? Danke, Barbara. So, lass mich mal. Ich bin der große Detektiv. Komm, gib mal. Ich brauche das nicht. Ich bin auch Batman. Komm, nimm mir raus. Okay. So, da ist was. So, da ist ein bisschen nichts. Gibt es da irgendwas? Ah, guck mal da. So. So, ich brauche die Zahlen, ne? Okay, wir schauen mal, wo ich was finde. Da ist was? Das highlightet ja dann, ne? Okay, das geht hier weiter. Aha. Ich bin auch in der Detektivansicht, ne? Okay. Hier ist nichts zu sehen. Ah, da ist was. Guck mal, da ist eine Acht. Guck mal, da ist eine Acht. Acht haben wir schon mal. Da ist noch eine Tür, da war ich auch noch nicht. Da ist eine Elf, guck mal. Acht und Elf. Also, man muss sich nicht mal warten, bis der fertig gelabert hat, ne? Sonst kann man den nächsten Beweis ja nicht sehen. Elf. One, one, elf. Okay, so. Machen wir jetzt das Ding mal auf, da, ne? Ne. Acht. Ach, das sind vier Zahnen, ne? Tatsächlich. Also fehlt nur einer. Gut, müssen wir nochmal suchen. Kühlschrank? Kann man den aufmachen? Ne. Oh, ich hab den Herd in Asche gemacht hier. Ich bin ja auch Batman, ne? Ich hab ja auch Kraft. Schlecht. Dass ich den Herd kaputt gemacht hab. Was ist das? Ist auch nix. Ach da, guck mal, da. Was ist das? Ne, vier. DCPD Headquarters. The Cops. Police are targets of the rats. Also, acht, elf, vier. Acht. Elf. Das ist aber nett. Guck mal, der sagt mir das sogar. Ah, jetzt kann ich hier durchlaufen. A secret passage. Ha. Like the one connecting the sewers with bank of Gotham. Rats move behind the walls. This is the failed experiment, okay. Oh, hier geht's runter. Ich sehe nur einer. Okay, wir suchen wieder. Nitrocellulose. Drei Stück müssen wir finden. Da oben kann man einen Kommen bestimmen, ne? Ja, suchen wir mal weiter. Bombe. Er will eine Bombe bauen. Okay. Okay, er hat einen Filmträger noch mal. Okay, das ist mein Schneideraum hier, Leute. So, wir müssen noch was finden. Da ist noch was. Okay, wir müssen noch wissen. Was denn jetzt? Okay, man muss immer so ein bisschen Geduld haben. Was denn? Ah, okay. Wo ist Schrein King? Weiß ich doch nicht. Dann bestimmt in... Genau. Ja, ich bin schlau, ne? Jetzt darf ich. Okay. Komm schon, wir sind schon lebt. Nein, Schrein King und sein Wattaboy haben gerade geflogen. Hey, Schrein King sagt, das Kind hat ein kleiner Bruder zu ihm seit vor dem Blackgate. Na, muss man in die Bewegung gehen, M.L. Geh einfach auf ihn. Er ist ein Kind, schaut auf Schrein King. Kleine Brüder, frische Rekruten. Wir sind alle Familie zu dem Blackgate. Okay, da ist nichts zu sehen. Da bin ich hochgegangen, ne? Oder? Was ist das denn? Ach, kann man nicht. Ich dachte, da kann man noch hochkommen. Okay. Oh, da sind Leute, guck mal. Okay. Der ist bewaffnet. Also, den darf ich nicht, ne? Warum nicht? Okay. Das ist ein Kind. Okay. Okay. Hey! Sack! So lange krieg ich so ein bisschen Flow hier für den ganzen Charmen, ne? Okay. So. Hoch hin. Ziehen wir noch höher. Ah, da oben. Nehmen wir mal hoch hinaus hier. So. Wie war ich das schon, ne? Ne. Ach, da muss ich rüber. Okay, wie soll das gehen? Schaffe ich das? Ich versuch das, ne? Tatsächlich. Bin ja auch Batman. Zack. Was ist denn hier? Ach so, man sollte auch den Knopf hier drücken, ne? Äh, den Türknopf benutzen. Okay, hier wird's wieder knifflig. Und hier mach ich Schluss, ja? Wir spielen ja das nächste Mal weiter an dieser Stelle. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Also richtig geiles Spiel. Und ich geh jetzt erstmal ins Menü. Und dann würde ich sagen, verlassen. Zack. Ja. Zweiter Durchgang hat mir genauso viel Spaß gemacht wie der erste. Langsam kriege ich einen Flow fürs Combat System. Also ich kann's euch wirklich nur empfehlen. Ich guck mal kurz in meine Herausforderung. Jäger-Herausforderung. Schweigen ist Gold. Schleich dich von den anderen Handlangeren und schau den Geräuschlos aus. Ach so, das sind ja Herausforderungen. Die kann man einfach noch so spielen. Gut. Ähm. Haben hier so mal so kurz reingeschaut. Gut. Ich geh rüber zum Fazit. Und ja. Ich würd eigentlich gerne schon weiterspielen. 12,28% hab ich. Ja, nochmal ungefähr so viel wie beim ersten Mal. Hab ich auch 6, irgendwas Prozent. Jetzt 12, irgendwas Prozent. Da hab ich noch ein bisschen was vor mir, ne? Ja, ich laber schon wieder, weil ich so begeistert bin, ne? Gut. Fazit kommt natürlich jetzt. Ja, ich bin immer noch begeistert von dem Spiel. Also die Begeisterung hat noch nicht nachgelassen, ja? Also wenn wir mal gucken nach hinten raus, ob's irgendwann monoton wird, ja? Oder ob das ganze Ding hier wirklich, ja, die Spannung halten kann, die Story weiter interessant ist, ja? Die Detektivarbeit, die war jetzt relativ simpel. Also das highlightet immer, man sucht ihn so ein bisschen rum, drückt dann B. Also da muss man jetzt nicht wirklich Köpfchen für haben. Das macht das Spiel mehr oder weniger automatisch. Ja, aber es macht trotzdem Laune, so ein bisschen die Gegend abzusuchen. Aber die Combat-Kämpfe, also ich werd immer besser, muss ich sagen, machen schon richtig Laune. Und ein bisschen taktieren muss man auch, wenn ein Gegner zum Beispiel eine Waffe hat, ne? Ja, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. 12 Prozent stehen jetzt auf der Uhr. Und ja, ich bin jetzt schon ganz nervös und will schon die nächsten 8 Prozent machen, dass ich auf 20 komme, ja? Also wirklich tolles Ding. Und ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass es keine PC-Version gibt. Das muss ich einfach loswerden. Also mit richtig super, mega geiler Grafik, so, ne? So Laune, Echo, Half-Life LX-like, wär da schon ein richtig Bombast-Titel geworden, ne? Aber sei's drum, es macht natürlich auch Spaß auf der Meta-Quest 3, versteht mich nicht falsch. Aber ich kann natürlich auch die PC-VR-Leute verstehen, dass die hier eine Träne verdrücken. Ist ja auch ein tolles Spiel, ne? Gut Leute, ich würd sagen, ihr schreibt jetzt nochmal flink in die Kommentare, ja? Was zum Spiel, was zum Gameplay, was euch gerade einfällt. Ich werd's mir alle durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt noch raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Joint gerne in der großen, schittigen VR-Community. Und der Link zu unserem Discord natürlich in der Videobeschreibung zu finden. Oder jetzt einfach via-discord.de angeben. Und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. Ja, ich werd jetzt flugs das nächste Let's Play aufnehmen, weil ich, wie gesagt, schon ganz, ja, ungeduldig bin, ne? Und ihr spielt jetzt auch weiter Batman. Und trotzdem hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten Video dann hier wiedersehen. Maybe just jump find. Maybe just jump. Click constant. Vielen Dank.